Dann hallo ich euch mal wieder auf euch schmettel auf vorne an Oh ne, da stehe ich mich hier auch Kriminal Das ist schon ein guter Intro, äh oh ne, da stehe ich mich hier auch Oh ne, da stehe ich mich hier auch auf der Breck Das wenigstens für das Führung, aber das ist verleihren, ich so mein Zeppner Da, oh mein Gott Das ist so gut fertig, boah, ist Kriminal Oh, sneaky man, sneaky Oh shit Da sind noch Putzviele Was kannst du da irgendwie? WTF Was ist mein Panzer nicht, du? Ciao Das ist nämlich schön Das ist kein Snipe, man Kein Snipe, der so schnell schießt kann Doch, 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 doch Doch, gut snipen Gut da Gut da Bah Da Barrett So, zum Beispiel, man Führte, glaube ich, da mal Insel, schoßt Okay Okay Karabiner, also Ich muss sagen, wir müssen einfach irgendwie sehr drüber färtschappen Weil, Gewehr 53, so was ich hier Wann ich mich nicht hier rein Wo Sniper, wie sehr drüber gemacht haben, dann kann ich Sniper Okay So, ich kann alles benutzen als Sniper Ich kann noch einen MP42 benutzen als Sniper Der Sniper, wie sehr drüber, färtschwerig Alla Medal of Honor Airborne Style Wann ihn traf genug levelt, dann kann, äh, wie sehr drüber, ein Sniper, wie sehr So, geh mal ein bisschen Sniper rein Oh, wo ist der Button? Oh, fuck Oh, das ist chill Oh, Ninia Er ist running Und er ist dead Oh, fuck Ich kann nicht sehen Oh, Spinning Weapon Holy Shit Oh, ne, so, man, ich muss den scheiß Panzern am Schütz Oh, Scheiße, das ist eigentlich sehr Da wird nicht mehr schlaufen, blum Was muss ich machen? Ja, chill den Nipplen, Mann, das ist zu einfach Wtf, die Panzer sind einfach verschwommen Magic Wtf, die Panzer sind einfach verschwommen Wtf, Mann 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 Vf, Mann Wtf, Mann Das Spiel מע Grat Schlange, Scroll Zus ich weiss nicht, ich guck an ich bin auch so viel zu machen wie ich lef und ich geh mal sicher jetzt aufs weil ich für rauische Monster Hunter zocken auch nie gestehrt zu gehen auch nie, dass ich mich sehe ich probiere schon all der Absatz zu leben also ich bin ein ehrlicher Mensch das ist ganz ehrlicher tschüss oh mein Gott, das ist kriminell, ich muss halt auch die so ein und gleich, den ich kann schaßen da ne komm oh mein Gott, der Leia Panzer schaßen und WTF, willst du jetzt eine Algo-Tizer für dich am Platz Panzer mal die Dota-Furte so, wenn du stirbst, wirst du nicht mehr, schaßen die Missilien die kann die Missilien ein Föster Platz für den Spieler in Sepp Sauer so ein P***er, die Spieler sind sehr schmierer, schwer ich guck sie auch, f***, das ist wirklich ein Problem wo ich gibt zu viel, da muss ich versichern Mann, da fuß ich war nicht schlimm, oh, sch*** du hast eine Niki-Bastard ooh, f*** Der Mio! Ich bin mit Panzer-Pukima. Wann ich gelöst, der wird. Oh, geht doch. Oh, den hast du halt verschworen. Oh, yeah! Ich habe nicht gewonnen. Das war wohl die geilste Mission ever. Oh, shit, man. Madness. Das ist halt mitmachen. Der Mio. Ihr seid explosiv, um Schmerzen zu reduzieren, eine gute Zeit für alle. Ihr seid für die Kommunikation zwischen dem fort und der anderen Welt, mein Lieferant. Ensuite, ihr solltet und reiztet den trainen, die sich nach dem fort zu beurteilen. Ihr könnt euch die Schmerzen zu beurteilen, um zu fliegen in der Stadt zu fliegen. Einmal in der Mitte, schaue den Platz an der Bühne, schaue die Schmerzen und rausgekommen. Natürlich müsst ihr in der Lage, dass kein der Krieg in der Nähe der Bühne nicht verletzt. Ihr könnt ihr die Schmerzen. Gute Chance. Okay, ja, das manchmal schick ich dir vielleicht ein bisschen, weil ich kann mich mal drüber erinnern, dass... Das gleiche von meinem Spiel gesehen ist ein Riesenexplosium. Wollt ich mich nicht hier rein. Ich kann mich oft hier rein. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist. Ah, ich hab's immer schon. Schnellen Level, das ist schön. Ich hab's ja richtig Sucker-Sinn da. Oh fuck! Ah, fuck it, chill mich, man. Putain, man, ich schaß in die Sniper. Das Spiel ist sauer. Schaß in die Sniper am Spiel, ist ja richtig sauer. Das ist nämlich schön. So, du kriegst immer nur das hier. Äh... Ich werd in einem Teil drauf geholt, wenn's dumme Sniper und ey, Dick Cheater sind. Crouch, Crouch, Crouch. Ist der Bunker, oder wie ich stehen? Putain, man, ich versteh' ihn jetzt mal richtig hassen, scheiß. Oh fuck! Kriminell, Kriminell. Was ist wenn kann er? Das heißt, Flüscher-Futte zu machen. Okay. Feier, dann. So. Ah, geh, Mann, kurz gesteert. Ah, ne, ich schaue kein Leben mehr. Das ist nicht schön. Ich meine, ich schaue ihn nicht ohne. Oh, ne, scheiße. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn. Oh fuck. Das ist ein Tod. Das ist eine dicke Linie an. Ich gehe nicht für dich. Oh, das ist für dich. Scheiße. So, fang mal, ne, ganz neuer. Und das kann auch nicht sterben. So, da verleihen wir mal ne Teil für ihr Leben. Nimm mal ein bisschen, äh, aufpassen, ne? Und WTF fang schon direkt nennen, ne? Das ist schlimm. Was denn? Warte. Kriminell, nur ein Schremm, bisschen lebt, volle. Ah, egal. Nimm mal ein Problem. Konzentriere, mal so ein bisschen. Oh mein Gott, das sucked so krass. WTF? Ah, mhm. Püta, ich ging DW. Ferdisch. Oh, das fernscht. Das schneit weh gehen. Ich muss da noch mehr sauer sehen, Pika, man. Quick Save. Schon mal schon schnell. Ich geh'n heile an. Wow, das ist ein bisschen wie ruhig. Da, wenn ihr seid. Easy peasy. Oh, puh. Ich hasse ihn sehr. Die können wegschneiden. Bis die grüßen direkt durchfassen, ne? Oh, yeah. Bam. For the win. Das ist komisch. Bam. Okay. Hehehe. 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 Das war das Problem. Oh, mein Gott. Das hat so creepy ausgesinnn. Oh, quick save file. Oh, geht der grad so gut. Oh, shit. Hehehe. Ich lerne nicht. Oh, ich hab' Angst, ich lebe auf den Charta. Ich mach' mich schlafen eigentlich ganz... Nee, 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 nee. Mach' mal. Quick save, und dann. G'simmer. Ach' derник der. Oh, fuck. Oh, ich mach' mich schlafen. Na, was danke. Ich hab' drin. Das ist wirklich komisch, heiz. Oh, damnit. Oh, zuerst. sonst ist es halt, bis ich lebe verstopft, das ist gut ohne wird doch unfair ok so ok, sehr fein ah, geht's schon, perfekt klar, ich habe nicht gesnabt wie Müll, weil es so hoch ist, wie ich jetzt nicht ich freue mich nicht, wie ich das Spiel habe, ob es schwer wird, ich will nicht wissen das ist so Open-World-Datei ne, es ist eine Reichweite, wir sind immer zu dumm für die Space, oh mein Gott ich habe die Technik, so möchte ich das ah, eigentlich mal ein richtiger Bunker, eh halleluja, fernstein das ist klar, ok, gut, gut ich brauche Muni schon da habe ich es gesehen wir haben proprio noch über die Technik, richtig das ist so ein scheiß, das ist nicht schön wie scheiße das sind oh, Bunker, geil scheiß was ist das für ein Bunker, ey? das ist ein Fenster, kriminell auch mal nicht, schön ok, gut zu wissen, dass ich lebeleid wenn man wirklich kritisch geht, kann ich nicht mehr laufen ok wie hat er... Scheiß drauf stimmt, nimm ihn eh nicht ins Schlimmfall, ja so konzentrieren, nicht deprimiert, nur halt so was der Slender ja und dann habe ich auch noch, wie er dann fackt das Spiel und das ist ja gleich gemuscht das ist noch mehr schlimm, wie schießen wir dann schlug ja blut witzig ich will wirklich einen Map, das ist schade ich muss sagen, ich muss einfach duer überlaufen ich geh mal ein Molte überlaufen, ich gucke ich bin schlug schoffer, kriminell Ich weiß nicht, warum du mit dir weh gehst. komm, ich kann schon entscheiden. Hey, geh mal hier. So, fertig. Hey, geh mal hier. Okay, das ist richtig. Oder? Yo. Ah, kriminell. Wird immer so kompliziert. Wird immer so wie... Ich weiß nicht. Sollte, das tut mir. machen und ein map ein map geschehen map für wirkschehen ich finde ich die pro weise nur wo ich hier laufen muss da ist ja ich muss mal ein teilzimmer müssen aufmach ich gehe nicht für die von Hetzers Schülern kann schon konzentriert abgenau Hörer ach scheiß nach schnitt der Abonnenten 3 oder 2 Kugel ins Bild für den Aufwand er wird sich scheinert Erschub-Problem-Aschweser Ah, das war schon ein bisschen. Chill. Oh, halleluja. Angst, ich war aufgeregt. Muss ich nur ein Sneakern. Das war ein bisschen zu einfach. Sneakking. Sneakking. Immer muss erlösen. Ich will keine Abrechung starten. Okay, bis lang geht alles gut. Das ist der Lachen. Oh, halleluja, bitch. Ah, das ist kein Papaya, aber kriminell. Ja, man, ich will keinen Alarm hier. Deklarieren. So. Kannst du einfach hier raufgehen, ohne dass ich einen Alarm schlägt, weil ich hier nicht koste. Hopp, oder? Und ich koste mich auch. Gib mir mal lieber, guck ein. Ja. Ja. Schönen. Schönen. WTF. Ach, mach mal spannend. Ich lebe mal die Part an. Dann sehen wir mal, wie es hier nur geht. Nicht, dass ich mal so lange kommen werde, wenn ich noch bald muss. Also, tschüss. Tschüss. Jungs.